Moin Moin Leute, die Pfeiler hier und willkommen zum neuen Video von mir auf meinem Kanal. Burning Crusade Classic wurde jetzt mehr oder weniger bestätigt. Es wird wahrscheinlich kommen Leute, es gibt zwar noch keine offizielle Ankündigung von Blizzard, aber ich denke mal wir können sehr stark davon ausgehen, dass es kommen wird und in dem heutigen Video möchte ich mich mit euch darüber mal unterhalten, was ich dazu sage einfach, ob ich denke, dass es eine gute Idee ist, dass man sich hier für WoW, The Burning Crusade Classic entschieden hat oder ob es vielleicht sogar besser gewesen wäre, wenn man Classic Plus bzw. ein WoW 2.0 entwickelt hätte. Vorab kann ich auf jeden Fall schon mal sagen, ich bin ein sehr großer Burning Crusade Fan an sich eigentlich, also von dem Addon an sich, was ja auch nochmal unabhängig davon sein kann, ob ich das jetzt gut oder schlecht finde, dass es quasi ein Remake geben wird. Ich habe das Spiel 2006 auch schon gespielt und muss auch einfach sagen, für mich war Burning Crusade immer so die rundeste Version von WoW irgendwie. Man hat vor allem auch als PvP-Spieler die Arena eben noch gehabt, was für mich einfach ein sehr zentrales Element vom Spiel auch dann seitdem immer war und irgendwie so dieses Ranking in Vanilla und das Battleground gefahren und so weiter konnte mir so als PvP-Spieler nie wirklich die Befriedigung geben, wie es halt die Arena getan hat und da freue ich mich auf jeden Fall sehr doll drauf, wenn es denn kommen sollte. Trotzdem kann man sich natürlich darüber streiten, ob es jetzt quasi eine gute Idee war zu sagen, okay wir bringen auch Legacy Server für Burning Crusade. Ich habe jetzt quasi ein Video darüber gemacht, wo ich euch diese Umfrage von Blizzard vorgestellt habe und da habe ich mir eben schon die Kommentare angeschaut und da haben natürlich auch sehr viele schon runtergeschrieben. Naja, dass ich es einfach so ein bisschen schade finden, dass sich Blizzard hier für den alten Weg entscheidet, also die alten Erweiterungen nochmal neu zu bringen, denn da kommen wir natürlich auch schnell wieder an den Punkt, wo man sich dann die Fragen stellen muss, wo hört man auf? Kommt da noch WOTLK, kommt da noch Cataclysm und so weiter und einige auch einfach gerne Classic-Plus-Content gehabt hätten, die einfach die 60er Welt sehr gerne mögen, die so mit den Outlands, mit Level 70 und so weiter sowieso nie so viel anfangen konnten und es generell einfach viel cooler gefunden hätten, wenn vielleicht sogar ein WoW 2.0 quasi entstanden wäre, wo man die komplette Geschichte, die dann auch in Burning Crusade quasi kommt, nochmal neu aufgerollt hätte, das Spiel nochmal neu entwickelt hätte und das kann ich auf jeden Fall verstehen und ich muss mittlerweile auch schon sagen, ich persönlich hätte es auch besser gefunden, wenn sich Blizzard dafür entschieden hätte, einen WoW 2.0 zu entwickeln, beziehungsweise Inhalte für Classic erstmal zu bringen. Trotzdem, obwohl das so ist, muss ich sagen, ist es wahrscheinlich die bessere Option jetzt doch Burning Crusade Classic zu bringen. Und aus folgendem Grund, weil ich mittlerweile der Meinung bin und das auch von vielen anderen gehört habe, dass Blizzard leider, 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 sehr wahrscheinlich, wenn sie WoW 2.0 entwickelt hätten oder wenn sie wirklich, sagen wir mal, signifikante Inhalte für Classic-Plus gebracht hätten, also neue Dungeons, neue Raids und so weiter, die hätten dort wahrscheinlich vom Spielerlebnis, von dem, was man einfach bekommen hätte, weniger abgeliefert, als das, was wir in Burning Crusade Classic bekommen werden. Und das ist mittlerweile so dieses Hauptargument, was ich einfach sehe, gegen die aktuelle Entwicklung von Classic-Plus, beziehungsweise gegen WoW 2.0. Das haben einige andere, größere Streamer auch schon so gesagt und ich habe mich da auch schon mit sehr vielen Leuten darüber unterhalten und ich glaube einfach, ja, dass die Inhalte, die wir in Classic-Plus bekommen hätten, wenn Blizzard wirklich gesagt hätte, hey, wir machen neuen Content, wir entwickeln das Spiel nochmal völlig neu. Ich glaube, wir hätten es nie wieder so gut machen können, wie sie es eigentlich mit der Burning Crusade Erweiterung gemacht haben. Und deswegen glaube ich mittlerweile auch, es ist die richtige Entscheidung. Und zwar natürlich für Blizzard, es ist sowieso die richtige Entscheidung, weil sie natürlich, ja, da einfach mega viel Geld dran verdienen können. Sie können ein altes Spiel nochmal neu bringen. Sie haben es ja auch schon gemerkt bei Classic, nach dem riesigen Erfolg, denke ich mal, haben sich auch gedacht, ey, jetzt können wir Burning Crusade auch noch melken. Und ich denke aber wirklich auch für die Community ist die Burning Crusade Erweiterung. Wir reden hier nicht von weiteren Erweiterungen. Aber diese Erweiterung ist es wirklich wert, nochmal wirklich ein Remake zu bekommen, Legacy-Server zu bekommen. Und ein weiterer Punkt, der auch dafür spricht, ist einfach, dass sehr viele Leute, glaube ich, auf Burning Crusade gewartet haben, die zum Beispiel auch gar nicht mit Classic angefangen haben. Die wirklich einfach sich auf Burning Crusade gefreut haben, auf das Arena-System, viele PvP-Spieler und so weiter. Und ich glaube einfach, für die Community als Ganzes irgendwie, und ich sehe halt so diese Classic und Burning Crusade Community ist für mich eine Community eigentlich. Das sind so diese beiden Versionen vom Spiel, die einfach sehr nah noch miteinander in Verbindung stehen und vom Gameplay sich gar nicht so doll unterscheiden, finde ich. Das ist einfach alles die beste Möglichkeit, hier zu sagen, wir bringen für Burning Crusade auch noch Legacy-Server. Genau. Abschließend möchte ich dann noch sagen, wenn wir uns die Möglichkeiten anschauen, die in der Umfrage von Blizzard quasi gegeben wurden, ich blende die hier nochmal ein, die Möglichkeiten. Wenn wir uns die nochmal genau anschauen, dann finde ich es schon sehr wichtig, oder ich würde es sehr gut finden, wenn hier wirklich die Variante kommen würde, wo quasi die aktuellen Server-Communities bestehen bleiben, die dunklen Portale sich einfach öffnen auf euren Servern, die ihr quasi in Burning Crusade reingehen könnt, die diese geile Erfahrung machen können, durchs Portal durchzugehen einfach mit den Leuten auf eurem Server, die ihr eh schon kennt, und mit dieser gleichen Community eben auch Burning Crusade zu erleben. Ich glaube einfach, wenn hier ein anderer Weg gegangen wird, dass quasi man zum Beispiel auf Level 60 bleibt mit seinem Server und auf einen anderen Server transferieren kann, wo es dann quasi mit Burning Crusade weitergeht, dann habe ich die Befürchtung, dass so ein bisschen dieses Community-Feeling, und das ist ja eigentlich auch das, was WoW ausmacht, verloren gehen könnte. Denn ich habe auf etlichen WoW-Burning Crusade-Privatservern gespielt, die zum Beispiel auf Level 58 angefangen haben, und ich kann euch einfach nur sagen, nach drei, vier Monaten haben sich die Server sehr oft einfach tot angefühlt und inhaltlich irgendwie leer, weil man keinen wirklichen Bezug zu den Leuten hatte, man kannte sie nicht aus der Vanilla-Welt mehr oder weniger, und ich glaube, es wäre sehr, sehr wichtig für den Erfolg von Burning Crusade Classic, dass auch tatsächlich die Server-Communities auch gemeinsam den Weg in diese neue Erweiterung beschreiten. Ja, das ist eigentlich so mein Standpunkt zu der ganzen Burning Crusade-Geschichte. Ich persönlich freue mich mega auf das Addon. Ich denke aber auch, dass wir jetzt nicht irgendwie so überreagieren sollten. Wir haben noch sehr viel Content in WoW Classic und dieses ganze Garage und so weiter, sollte man auf jeden Fall nicht so, ja, unterstützen in dem Sinne, sondern man kann sich darauf freuen, aber ich meine, wir bekommen noch Akku, wir bekommen noch Naxxramas und so weiter, also wir haben noch sehr viel vor uns in Vanilla. Dementsprechend denke ich, dass Burning Crusade auf jeden Fall erst nächstes Jahr kommen wird, also 2021 irgendwann, mal gucken, vielleicht irgendwie Mitte 2021 könnte ich mir gut vorstellen zum Beispiel, oder irgendwie auch so erstes Quartal, am Ende vom ersten Quartal. Und damit wir einfach auch in WoW Classic noch genug Zeit haben, das Spiel auch wirklich ordentlich zu Ende zu spielen. Und was ich mir auch noch vorstellen könnte, ich meine, nur weil Blizzard jetzt sagt, dass Burning Crusade kommt, bedeutet das ja auch nicht, dass nie wieder Content für WoW Classic kommen kann. Ich meine, sie denken ja von vornherein an Möglichkeiten, wie man die Level 60er Welt aufrechterhält. Das finde ich auf jeden Fall den richtigen Weg. Und ob es jetzt neue Level 60er Server werden oder ob es neue Inhalte für die Level 60er Server werden, ich denke, dass Blizzard mittlerweile einfach verstanden hat, dass es Sinn machen kann, dass man mehrere Versionen von WoW den Leuten anbietet. Und ich meine, wer weiß, vielleicht kommt ja noch neuer Classic Plus Content, nachdem Burning Crusade released wurde zum Beispiel oder vielleicht auch nach Burning Crusade, nachdem Burning Crusade dann durchgespielt wurde. Da gibt es ja auch nicht so viele Inhalte wie im originalen Vanilla von der Zeitspanne her, glaube ich ungefähr. Und deswegen, also der Gedanke ist ja nicht komplett tot. Ich könnte mir durchaus vorstellen, wenn man Burning Crusade veröffentlicht hat und das alles rund läuft, dass man dann vielleicht auch sagt, ey, wir bringen neue Inhalte für Vanilla. Also da auch nicht direkt die Hoffnung aufgeben. Und abschließend würde ich mir für Burning Crusade vielleicht eine kleine Änderung wünschen. Und zwar, man könnte darüber nachdenken, Burning Crusade ohne Flugmounds zu bringen. Weil ich einfach finde, Flugmounds haben natürlich auch interessante Aspekte zum Spiel dazugebracht. Aber overall, vor allem was World PvP angeht, haben sie eher negative Eigenschaften herbeigeführt, finde ich. Von daher, das wäre so meine persönliche Dial-Vorstellung, dass wir vielleicht ein Burning Crusade ohne Flugmounds bekommen könnten. Sagt mir gerne nochmal in den Kommentaren, was so eure Vorschläge wären und was eure Meinung zu der ganzen Thematik ist, zu der Burning Crusade-Geschichte. Und ja, ich hoffe euch hat das Video gefallen. Wird mich natürlich über ein Däumchen freuen und auch über ein Abo. Ich habe gesehen, sehr viele Leute haben den Kanal hier gar nicht abonniert, die meine Videos schauen. Also macht das gerne mal. Und in dem Sinne, sehen wir uns dann im nächsten Video wieder. Euer Defiler. Ciao, ciao.